Vielleicht solltest du auch mal nach Insekten ausschalten, Alex. Achso, nicht jetzt, aber erstmal auf der nächsten Insel oder so, dass du uns mal anführen kannst, wie das ausschauen soll. Gib die Antenne mal wieder in eine Kiste. Ja, passt. Warum? Damit man sich da oben die Wand bauen kann. Achso. Aber gut, mehr kann ich hier nicht bauen. Kaul ist mehr. Es gibt auf jeden Fall Bienen, das weiß ich. Ja, Bienen gibt es auch. Aber ich finde halt nichts, wirklich gar nichts. Was gibt es denn? Aber ich muss wieder zurück. Kochen. Ja, durch. Der Papa hat Hunger. Mach die Kisten auf, oder? Was sehe ich? Oh, ist leer. Magst du den Heid töten, Alex? Zufällig. So, wo ist denn unser Flosetzer, Alex? Da wird nur angeschafft. So, wo ist das? Sieh da oben, hast du. Das ist halt Baka da liegen lassen. Habe ich mich jetzt erschrocken? Nein, das ist, ja, ich könnte es jetzt bitten, aber... Jesus, das war jetzt ein Zufall. Puh, zeig mich urscht. Ich bin in diesen Fischschwamm geschwommen und auf einmal hat mich der Hai attackiert, aber ich habe den Hai nicht da gesehen und es hat den Fisch attackiert mich jetzt alle. Achso. Wenn ich das Flos nicht finde, oder sterbe ich bald. Wie kann man das Flos nicht finden, Norbert? Bitte? Wie kann man das Flos nicht finden? Du läufst ja ganz falsch. Ja, gehe ich auch gerade. Ich glaube, nach der kleinen Insel da. Du musst über den Berg drüber. Ich bin geschwimmend schneller. Ich weiß nur, ob sie es da bollkackig hin. Mich erinnert das Spiel halt an... 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 an dieses Seefahrerspiel, was wir gespielt haben. Nur halt irgendwie... Ich meine so... Actionreiche. Actionreiche würde ich jetzt aber nicht sagen. Aber ich verstehe, was du hast. Ich sehe da jemanden. Von euch. Gerade schwimmen. Ich schwimme in die falsche Richtung, falls du mir nachschwimmst. Okay. Ich bin jetzt gerade beim Seetank, falls du mich siehst. Ich bin gleich tot, oder? Du meinst... Du meinst, Sie of Thieves, gell? Ja, genau. Ah, da ist das Flos. Oh. Ich glaube, wir haben Sie of... Ich glaube, dass es nicht ausgeht. Dann responst halt. Oh ja, das sind Sachen weg. Wenn die da noch nicht meine. Also den Fischschwamm kann ich auch nicht aufspießen. Das habe ich jetzt gerade probiert. Wasser. 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 Oh, Gott sei Dank. Also Seetank bin ich hier ohne Ende, aber Metall finde ich halt fast gar nichts. Achso, Metall hat's. Ich sage, da musst du reinhauen, Norbert. Smoothies brauchen wir. Bau den Koch raus. Ich muss halt auch ehrlich sagen, okay, passt. Wenn wir nehmen, hat er stattdessen. Was? Was? Was hast du gesagt? Ich sagte, wir nehmen wir dann stattdessen. Nur gesagt, hast du einen Koch raus. Achso. Ich muss halt... Ich glaube halt doch, dass wir Dings falsch gespielt haben. Silberalgen habe ich gefunden. Dass wir Dings falsch gespielt haben. Sea of Thieves. Was heißt? Bitte? Was heißt? Ich weiß nicht, dass wir es falsch gespielt haben. Aber... Wie falsch? Aber warum? Hätte man die Piraten nicht angreifen sollen. Na. Aber ich glaube, wir waren halt einfach zu schlecht, wenn wir es anders spielten. Wäre es vielleicht für uns auch Actionreicher gewesen. Okay, ich habe anscheinend etwas Seltenes gefunden. Dann machen wir die Suppen selber. Ich mache eh schon Suppe. Sie ist schon drinnen. Da. Maschallah. Nimm. Das dauert heutzutage Zeit. Jetzt stellt der Norbert auch noch Ansprüche. Überhaupt, wenn kein Holz da ist. Ja. Alles kann mich nicht kümmern. Jetzt so ein Support auf der Insel, Norbert. Vorland tut er, wie er Weltmaster weißt. Ich bin noch nicht da. Also können wir schon ablegen, eigentlich. Ja, wenn ihr eine leckere Erzbeerkohle nicht haben wollt. Vor allem, das Kochen braucht er eine Zeit lang auch. Also da wäre schon fast ein zweiter Herd für sowas. Warte, zuerst wollte er einen zweiten Grill haben. Jetzt hat er einen Grill. Dann wollte er einen Kochtopf. Jetzt hat er einen Topf. Und von allem will er zwei, aber der Grill rennt zum Beispiel gar nicht. Ich habe da wenigstens für den Grill. Muss ich erst fischen gehen. Du siehst. Dann wirf nicht die Schulter, dass der Kochtopf so langsam ist. Der Koch ist so unfähig. Momentan. Genau, Alter. Ach, ich habe noch eineinhalb Wochen, Alter, dann. Muss ich nicht mehr nach so einem Pölten fahren. So. Da ist so viel Ton, aber das kann ich alles nicht mitnehmen. Was ist denn da jetzt nicht mehr, was wir nicht haben? Ich könnte es gerne ohne mich abreißen, wenn ihr das Erdbeerkohle nicht haben wollt. Was hast du gesagt, Alex? Schaut, was es noch gibt, was wir jetzt noch nicht gebaut haben. Sonst haben wir eigentlich jetzt eh alles dabei. Wer hat denn das Netz, du? Der Heer ist schon wieder am Floss, gell? Hast du das Netz, oder? Ja. Mir wäre halt lieber gewesen. Na, wurscht. Ich werde jetzt, glaube ich, da außen rumbauen. Ich habe keinen Bock. Was ist das außen rumbauen? Ja. Eine Wand. Eine Verstärkung. Ach so. Vor allem, ich weiß nicht, wer da das platziert hat. Ach so, passt hier, aber. Brauchst du das Netz, oder? Warte, wenn wir jetzt fahren, dann machen wir das bei der nächsten Eisen. Was wäre ich jetzt nochmal gekommen? Oh, ich werde gleich verdursten. Ich bin so durstig. Also, wenn das jetzt auch, wenn echt auch so einfach gehen würde, aus Salzwasser, Trinkwasser zu machen. Ja. Nötig Trinkglas. Und Nägel brauche ich. Die ganzen Nägel sind schon verbraucht, oder? Ah, da ist noch Schrott. Hast du eine Angeln, Norbert? Ja. Hier. Ich fange an zu verstärken, Alex, ja? Zumindest rund um das, äh... Rund um das einmal, und um das, äh... Man muss das Segel umändern, wir fahren die ganze Zeit auf die Insel. Also, ich lasse eh so zehn Metallbahnen übrig, dass wir Reserve haben. Ah, da haben wir keinen Kunststoff mehr. Da sind wir ja dann. Woher ist er? Oder? 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 Wir müssen uns da mal rausflenken, sonst fahren wir da nur im Kreis jetzt. Na passt, jetzt haben wir da mal ein verstärktes Ding da. Kleine Basis. Was du mir jetzt hier interessieren würd? Glaubst du, wenn man zwei sehen hat, ist man schneller? Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Wo ist denn ein Segel? Ein Segel kann nicht so teuer sein, aber das hatten wir am Anfang. Boah, ich verhunger. Ich probier das jetzt. Okay, passt. Palmblatt und Schrott. Ich mein, mich wundert's halt, dass es kein größeres Segel gibt, wenn ich ehrlich bin. Ich sag jetzt nix dazu. Boah, ne? Okay. Müsste ich irgendwann, als gibt's. Ich hab jetzt mal angefangen, da zu verstärken, da dürfst du jetzt daher eigentlich nicht mehr ranbeißen können. Ah. Da hinten ist ein Floß. Ah, da hinten ist eine große Insel, Alex. Oh, von der kommen wir grad. Ich weiß. Du kleines Ohrschloch, dich hab ich schon gesehen, Alter. Du kleines Ohrschloch, dich aber auf siehst, hä? Na, den hab ich schon gesehen, was er vorhat, das gesehen, leider. Ich weiß, der Alex ist nicht so begeistert von meiner Idee, dass wir da einen Rundumschutz bauen. Aber ich denke mal, solange wir jetzt da, bevor wir die ganze Zeit immer Holzplanken verwenden müssen und Kunststoff, um das nachzubauen, weil wir zu langsam sind, ist es glaube ich keine so schlechte Idee. Habe ich das jetzt eigentlich schon gegeben, Alex, ja, gell? Mhm. Das ist immer ne Kissen. Ja, passt. Aber ich hab nicht das Gefühl, dass wir schneller werden, dadurch. Mit dem Sattensegel. Gemüsesupperezept brauchen wir eigentlich nimmer, gell? Na. Bitte? Gemüsesupperezept brauchen wir eigentlich nimmer, hab ich gesagt. Haben wir eins, haben wir eins. Ja, dann kann ich das gleiche ins Meer wieder werfen. Mhm. Wenn ihr gleich noch größer klopft, die Bäume. Ja. Nein, die nicht. Stimmt. Vielleicht geben die wirklich weniger, die Mango. Ähm. Mhm. Mhm. Du konntest dann halt wieder Samen platzieren, Norbert. Vielleicht überhaupt. Mhm. Mhm. Ob sie. Ich glaub, da ist jemand voll. Na, unabsichtbar. Ich hab's gleich getroppt. Und hab sie getroppt. Haben wir da wenigstens Samen auch rausgekriegt wieder? Ja. Kriegst du gleich. Und Samen müssten wir eh mehr als genug haben. Ja, Norbert hat keine eigene Ordnung in den Kisten. Also er hat selbst keine Ordnung in seinen eigenen Kisten. Aber er will noch ne große. Hm. Stimmt. Indus wollte ich sein. Genau. Irgendwas habe ich da. Hab ich das jetzt irgendwo verloren? Wenn ich Becher war, hab ich das irgendwo getroppt oder so dumm. Anscheinend hab ich das getroppt. Ich habe Silberalge gefunden. Das war anscheinend das seltenes. Ich hab's verschießen. Aber das Spiel ist echt cool. Ich find's eher weniger actionreich, wenn ich bin als Sea of Thieves. Aber ich find's cool. Ist ja sehr entspannt. Mhm. Meiner Meinung nach halt. Aber was weiß ich schon. Nein, ich glaub ich würd's wieder den stellen. Ja, ich hab ihm auch schon überlegt, ob ich's nicht einfach... Ich glaub ich würd's zurückgeben. Hab ich ihm auch schon überlegt. Ich glaub dein Bus ist damit abgelaufen. Was sagst du? Der Bus ist damit abgelaufen, mein Ohr. Und das ist damit abgelaufen. Untertitelung des ZDF, 2020